Till. Ja. Till. Ja. Mein lieber Till. Ich möchte dir heute unseren Werbepartner für diese Ausgabe vorstellen. Unseren Sponsor. Ja. Ja, her damit. Was sagt dir Audible Original Podcast? Ja, eine Menge. Die haben doch auch ganz viele Hörbücher, Podcasts. Sag mal, sind hier, Micky Beisenherz und Olli Pollack haben doch da ihre Juwelen im Morass der Langeweile, stimmt's? Richtig. Und jetzt gibt's einen neuen, guten Audible Podcast, ein Original, für den wir hier heute werben. Und der heißt, pass auf, Jubel und Krawall mit Sophie Passmann und Matthias Kalle. Aha, davon hab ich schon gelesen und gehört. Ist der denn schon online? Ja, der ist schon online. Sophie Passmann ist ja eh als Medienfrau schon sehr bekannt. Eine der interessantesten Frauen unserer ach so jungen Republik. Aber das, was sie jetzt machen, ich glaub, das wär so richtig was für dich. Sophie Passmann und Matthias Kalle reden wöchentlich über Popkultur und ihre Auswirkungen auf den Alltag. Aha. Das ist ja wirklich was für mich. Das stell ich mir interessant vor. Ich schätze mal, die reden da einfach über gute Bücher, Serien, Filme und Musik. Ja, auch. Die besprechen wöchentlich die wirklich guten Sachen, die kulturell passiert sind und baten wollen alle Arten von Fragen dazu. Kritisch, aber konstruktiv. So ein bisschen wie bei uns, oder? Ja, konstruktiv bist du ja jetzt nicht meistens, aber wir überzeugen uns ja auch gegenseitig von Dingen, die uns begeistern. Das stimmt schon. Genau. Und die versuchen sich auch gegenseitig so ein bisschen zu entflammen von den Sachen, die sie gehört, gelesen haben und von denen sie auch begeistert sind. Gut, gut. Da sind ja am Ende nicht nur die beiden schlauer, sondern auch die Hörer. Das finde ich gut. Muss ich unbedingt reinhören. Hast du da so einen Link? Ja, ja. Also der Podcast heißt Jubel und Krawall und ist bei audible.de zu finden. Und in der Kurzbeschreibung auf der Seite, da ist auch der Link zu dem Podcast. Also, Jubel und Krawall mit Sophie Passmann und Matthias Kalle. Unbedingt reinhören. Ja, da sagt mir noch einer mal, Kultur wäre langweilig. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Regen. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Ich grüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Der Lampion der Gerechtigkeit, der Leuchtturm der Erotik. Am anderen Ende der Bundestrainer, der Weltmeister. Niemand Geringeres als Atze Schröder. Er spitzelt den Ball in den Strafraum. Dort wird er angenommen, verlängert von Effe, Stinkefinger. Ja, Moin. Ich sehe zwar Tore, aber der Ball ist nicht drin. Er schlänzt, er schlonst, er hämmert. Wie hieß er noch? Werner Hansch, ne? Ja, zieh doch mal ab. Da hat er einen riesen Schiss in die Schüssel gelegt. Ja, Ulrich Haberland würde sich in Grabe umdrehen, wenn er das Schaffen seiner Mann hier mit ansehen müsste. Dann nimmt der langhaarige Kroate den Ball mit der Brust und drischt ihn in den Abendhimmel von Leverkusen. Hoffentlich hatten sie Aspirin zu Hause. Werner Hansch, genau, legendär. Habe ich mal auf einer Sportler-Gala kennengelernt. Ja. Wo ich als Komiker gebucht war. Als Comedian, mein Lieber. Und ich weiß noch, es wurde immer später und später, du kennst das ja von diesen Galageschichten. Es ging auf die halb zwölf zu. Und ich war so geladen. Und Töne, unser lieber Manager, sagte schon immer zu mir, wenn du gleich auf die Bühne gehst, sei freundlich, umarme die Leute, nimm sie ein bisschen mit. Und es hat mich leider nicht mehr erreicht. Ich ging auf die Bühne. Vergebene Liebesmüh. Ja, ich ging auf die Bühne und sagte, verdammt nochmal, ein Viertel vor zwölf, ey. Da kann ich den Rest des Abends ja auch vergessen. Wenn ich nach Hause komme, wenn ich Glück habe, ist meine Frau mit offenem Mund eingeschlafen. Und dieser natürlich miese chauvinistische Spruch, wirklich der allerunterste Schublade-Spruch, also dieser miese allerunterste chauvinistische Spruch, war natürlich extra. Ich wollte natürlich wirklich meine ganze Wut und meinen ganzen Unmut äußern. Es war so, dann ab da war es ein bisschen schwer, weil ich hatte die Hälfte des Publikums auf meiner Seite, aber den Rest, die anderen 50 Prozent, habe ich nie wieder an diesem Abend zu Freunden machen können. Die Töne war stinksauer, aber auch belustig. Das hat er mir aber erst später gesagt, das ist ja auch ein bisschen belustig. Die Lager standen sich mal wieder unversöhnlich gegenüber. Ja, da möchte ich auch dich begrüßen. Du hast ja, ich lasse mal den Chauvinisten, hast du ja selber schon gebracht. Und ich sehe schon unsere reizende Produzentin Sophia mit Fäusten auf ihren Computereindreschen. Ja, wirklich, es ist ja auch ein ekelhafter Spruch gewesen, aber ich war so sauer, dass ich dachte, ey, nein, ist gar nicht rausgerutscht. Ich dachte, den knall ich euch jetzt einfach um die Ohren. Ihr habt es sich besser verdient einfach. Du weißt ja, es gibt nichts mehr, was ich hasse, als wenn man warten muss. Warten und warten und warten. Und dann kommt immer irgend so ein Tünnes und sagt, ja, ja, gleich, ja, ja, gleich. Und du wirst sowieso kacke behandelt. Ich nehme an, du bist ja auch nicht umsonst da aufgetreten. Also ohne Bezahlung. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dafür kacke. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße hier auf dieser goldenen Plattform der Lust, der Worte und des Sinns, den Kurier des Zahn, die E-Seite der Macht. Die tiefe E-Seite der Macht. Der matologisch getestete, das Aushängeschild der Generation Gartenpool, die Perlage des Cousinen-Punch. Der charmant, charmant Tee und stark beharte Till Edward Hoheneder. Ich grüße dich, mein Lieber. Dankeschön für deine zauberhaft gewählten Worte, mein Lieber. Ja, ich schreibe es mir alle auf und schenke es mir dann zum Muttertag. So. Ah, ist das nicht alles schon wieder geil? Pass auf. Wir haben hier einen Brief gekriegt, nachdem wir hier gleich so albern losgestartet sind. Ja, der mich wahnsinnig mal wieder abgeholt hat. Hier schreibt uns Cousine Volker. Liebe zärtliche Cousinen, vielen Dank für eure Podcasts. Super Unterhaltung mit gelegentlichem Tiefgang. Bin auch Jahrgang 66 und kann das alles nachvollziehen. Klasse, dass sich Atze auch zum Thema Männergesundheit und Vorsorge positioniert. Ja. Denn ich hatte in den letzten zwölf Monaten mit Prostatakrebs zu tun und eure Podcasts haben mich durch manche schlaflose Nacht gebracht. Weiter so, viele Grüße Volker. Volker, wir hoffen vollständig, dass du auf dem Weg der Gesundung bist. Das freut uns natürlich, dass wir dir in so einer schweren Zeit in irgendeiner Form helfen konnten. Auch wenn wir das ja gar nicht vorher gewusst haben. Aber das berührt uns. Ja, Leute, bitte geht zur Darmkrebsvorsorge, geht zur Prostatakrebsvorsorge einmal im Jahr. Das ist wirklich alles nicht so schlimm, aber es kann wahnsinnig viel Kummer ersparen. Also Volker, weiterhin alles Gute, werd wieder gesund, bleibt eine Cousine, viel Spaß noch. Ja, zu dem Thema kann ich nur kurz anfügen, brauchen wir auch nicht weiter ausführen. Darmkrebsvorsorge, Magenspiegelung, Prostatakuntersuchung ist alles gar nicht so schlimm, wie es so landläufig gemacht wird. Und es ist kein großer Aufwand, hat aber eine große Wirkung. Ja, ganz wichtig, dass wir das vielleicht auch wirklich mal, bevor wir jetzt wirklich loslegen mit einer verrückten Story nach dem anderen, dass wir das einfach mal so sagen. Und wir freuen uns auch über solche Zuschriften ganz besonders. Das ist ja nun wirklich das Adelein, wenn man weiß, dass man in schweren Zeiten für manche Leute dann einfach so für ein paar Stunden der Leuchtturm ist, der Spaß macht. Ja, und auch so ins Vertrauen gezogen wird. Sag mal eine andere Frage, was ist denn bei dir zu Hause los? Du hast ja eben schon rumgemosert mit deinen Kindern. Hast du zu Hause denn gar nichts zu melden? Nee, habe ich nicht. Ganz schön, wie ich das einfach voller Überzeugung sofort gesagt habe. Nein, nein, habe ich nicht. Also dann lässt du deine ganze Cholerik und deine ganze übersteigerte Autorität an mir immer aus. Ja, das ist völlig richtig. Ich bin hier nur so eine Art, ich weiß gar nicht, wenn du das sehen würdest, die haben mich hier ins kleinste Zimmer abgeschoben. Dann sitze ich hier auf so einem kleinen Höckerchen, habe das alles, mein Schreibtisch ist gar nicht da, den hat man mir weggenommen. Es ist alles einfach und dann rufen die einfach hier rum und es ist ein Skandal. Ich bin hier wirklich einfach nur so eine Art Bezahlopper, den man nicht besonders ernst zu nehmen hat. Du bist wie Frank-Walter Steinmeier. Du hast mehr präsidiale Aufgaben, du darfst grüßen, aber nichts mitentscheiden. Ja, ganz genau. Und was soll ich dir sagen? Ich liebe es, ich liebe es. Du magst es. Ja, das ist die Erdung. Du weißt ja, wenn man... Bist du so ein Opfertyp? Nee, überhaupt gar nicht. Das ist einfach nur so, ich kann mich über sowas wirklich amüsieren, weil ich habe einfach überhaupt gar keine, wie soll man sagen, gar kein Drive hier irgend so ein auf Familienvorstand zu machen oder sowas alles. Ja, irgendwann musst du doch entscheiden. Jetzt sag mal im Ernst, was entscheidest du bei euch? Was zu essen gibt zum Beispiel? Ey, pass auf, das ist jetzt wirklich so. Eigentlich lasse ich alles relativ easy mit mir machen. Und darum weiß jeder, wenn ich wirklich sage, das mache ich auf keinen Fall oder hier ist Feierabend, dann wird das auch meistens akzeptiert. Wenn auch mit Murren. Aber jeder weiß, dass ich es dann ernst meine. Die Grenze ist erreicht. Ja, ja, ganz genau. Und was soll ich sagen? Ich freue mich doch, wenn die Kinder Spaß haben, wenn meine Frau glücklich ist. Bitte, du kennst doch das Motto aller Geschiedenen. Die erste Frau scheuert die Bank, die zweite setzt sich drauf. Da habe ich in meiner aktuellen Lieblingsserie letztens schönen Satz gehört. Also der Jay, der Hauptprotagonist, noch älter als du und ich, ist mit so einer Kolumbianerin, mit so einer vorherigen Kolumbianerin verheiratet, die sich natürlich dauernd aufregt über irgendwas, weil sie südamerikanisches Temperament hat. Und jetzt muss ich mal eben überlegen, dass ich es genau hinkriege. Und sie sagt, Mann, du Arschloch, du behandelst, ich bin deine zweite Frau, du behandelst mich wie eine Erste. Ja, 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 ja. Ich war natürlich sehr jung in meiner ersten Ehe und du weißt ja, der Jugend gehört das Dogma. Und so in den ersten Jahren, so als ich euch Kinder hatte, da war ich sehr streng unterwegs. Da durften es nur ausgewählte Videos sein, die ich meinen Kindern, die überhaupt gucken durften, nur eine halbe Stunde Fernsehen am Tag, nur eine kleine Süßigkeit am Tag, kein McDonalds, keine Cola, alles so ein bisschen Bio angehaucht. Hat natürlich wie alles nichts genutzt. Nee, führt zu nichts. Das können wir schon mal als Erziehungstipp rausgeben. Ja, auch das führt zu nichts. Nee, ne. Wichtig ist, Liebe, 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 Liebe. Und wer meint, er müsste einfach zu Hause sich despotisch aufführen oder irgendwie so eine Art Deutungshoheit haben. Sorry, die Energie habe ich gar nicht. Wenn alle lachen und glücklich sind, ist alles okay. Und wenn ich dann mal wirklich ab und zu sage, nee Leute, also da habe ich keinen Bock drauf, das ist mit mir nicht zu machen, dann geht das meistens sehr, sehr, sehr gut aus. Das klingt doch alles nach einem guten Tipp. Liebe, Liebe, Liebe. Liebe, letztens hat in dem anderen Podcast, den ich mit Dr. Leon Windscheid, wie ich ihn nennen darf, die meisten nennen ihn nur Leon, da hat er eine Sache gesagt, die hätte dir sehr gut gefallen, die ist ihm so, ich glaube, mehr oder weniger rausgerutscht. Aber so wie du heute sagst, das Wichtigste bei der Kindererziehung ist Liebe, 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 hat er irgendwann, nachdem er argumentiert hatte, hat er irgendwann gesagt, alles ist Tiefe, Punkt. Darauf gab es jemanden, alles ist tiefe. Und im selben Moment habe ich gesagt, das hätte Till sehr gut gefallen. Ja, ach wie schön. Ja, das ist auch so. Genau darum geht es einfach. Was soll man sich aufreiben in so Nebensächlichkeiten? Ja, natürlich war ich nicht begeistert, als hier der ganze Garten, als hier die Pumpe ankam, da für diesen aufblasbaren Pool. Aber was soll's, ey. Unsere Kinder haben einfach einen Mörderspaß an der ganzen Geschichte. Und lass doch den Alten da ein bisschen granteln. Und neulich bin ich sogar auch reingesprungen. Alles gut. Du bist ja ein guter Schwimmer. Ja, ja. Und wenn unser Kurzer dann völlig erschossen abends total glücklich einschläft, ja, da bin ich doch auch glücklich. Das war alles gut. Ja, wie kommen wir denn jetzt mal zu den heiteren Themen, nachdem wir hier am Anfang direkt, sagen wir mal, emotional geworden sind. Und auch tiefgründig. Ist doch schön, ne? Ja, das ist sehr schön. Das gehört zu uns wie der ganze andere Unfug, den wir manchmal von uns geben. Muss es eben halt manchmal sein, dass wir einfach emotional und ernsthaft sind. Weil es einfach so ist. Wir haben ja eine ganz tolle Geschichte. Und zwar hatten wir ja unsere Champagner-Blindverkostung mit Timo Wolf von wolfweine.de. Eine Spendenaktion von uns. Nicht nur, dass wir uns eloquent und geschmackvoll besoffen haben. Nein, es stand ja auch der gute Zweck dahinter. Wir wollten die signierten Champagnerflaschen an Das Geld hängt an den Bäumen spenden. Unserem Lieblingsverein in Hamburg für eine gute Sache. Und jetzt darf ich mit Stolz und wirklich Freude verkünden, dass die Spendensumme feststehe ist. Und jetzt kann ich alles sagen. Sitzt du? Ich sitze. Hältst du dich fest? Jetzt ja. Passt du auf? Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja. Ja. Wir, du und ich und Wolfweine, wir spenden sozusagen mit Freude im Herzen 5000 Euro an Das Geld hängt an den Bäumen. Tatratatatatata. Nicht schlecht. Drei Leber für die Spende. Ja. Ja. Es geht nicht besser, oder? 5000 Euro hat die ganze Geschichte gebracht. Und da bedanken wir uns natürlich wieder bei den besten Cousinen der Welt, die ihr da draußen nämlich seid. Denn auch das war unglaublich. Die ganzen Flaschen waren nach anderthalb Tagen einfach weggekauft worden. Weißt du, da habe ich nicht mit gerechnet, weil es ging ja doch schon hochpreisig daher. Ja, von 30 Euro, glaube ich, bis 140 Euro war alles dabei. Und ich hätte das auch nicht gedacht, dass das wirklich so schnell von den Cousinen da draußen weggekauft wird. Ja. Aus Kuwait sind sogar, Cousine Sascha hat aus Kuwait, wo er, glaube ich, zur Zeit arbeitet und lebt, vier Flaschen bestellt. Ja. Das gibt's doch alles gar nicht, oder? Ja. Das ist doch alles ein Wahnsinn. Da gibt's doch sicher nicht so viel zu lange in Kuwait. Ach, jetzt ja. Kuwait. Kuwait. Kuwait? Was sagt man? Ist Kuwait richtig oder Kuwait? Kuwait klingt immer gleich danach, dass erst Saddam kommt und dann die Amis. Ach so. Okay. Ich glaube, das war damals auch so ein bisschen der Sündenfuhl der Region. Man fuhr da hin, weil da gab's Alkohol. Da gab's die Weiber. Und dann hat Saddam doch irgendwann beschlossen, das gehört jetzt alles zu uns. Ja, da nehmen wir uns leider. Ja, und damals hieß es auch in Kuwait, ich hab noch ne frische Dorade da. Ich hab noch ne frische Dorade da, 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 da. Ja, also ganz, ganz tolle Geschichte, ganz tolle Geschichte, muss man wirklich sagen. 5.000 Euro an, das Geld hängt an den Bäumen. Wir werden demnächst in Hamburg eine Scheck-Überreichung machen an Jan-Peter Schierhorn und werden dann eigentlich auch unsere Bank sehen, die im Fame Forest stehen soll. Das wird alles schon wieder so schön, ich werd verrückt. Ja, ja, ja. Ein großes Danke an uns, an Timo Wolf, an die Champagner-Firmen und an die weltbesten Cousinen der Welt. Machen wir uns nichts vor, unser Anteil war relativ vergnüglich, ne? Ja, Gott sei Dank. Da hab ich aber, da hat uns einer gescholten zum Champagner-Tasting, darf ich das mal vorlesen? Was ist da los? Ja, wir haben in seinen Augen und Ohren ein paar Fehler gemacht bei der Verköstigung und da steht, lieber Till, lieber Atze, ich denke aber, er meint nur dich. Das Champagner-Tasting war eine super Idee, ne, er meint doch mich. Und wie nicht anders zu erwarten zum Wegschmeißen. Besonders Till hat herrlich Gas gegeben und war nicht zu bremsen. So bitte, du kleines Mieses, das gibt's doch gar nicht. Naja, Elis, erst mal weiter. Du bist so schnell zu begeistern, herrlich. Nun muss ich euch aus professioneller Sicht Abzüge in der B-Note zu eurem strukturellen Ablauf geben. Ein Tasting und die Bewertung eines Weins oder Champagners läuft nach folgenden Kriterien ab. Erstens, die Farbe, dazu gehört auch die Perlage. Das ist wichtig, da man darauf Rückschlüsse zum Beispiel auf das Alter nehmen kann. Ja. Aha. Zweitens, die Nase, denn die war ja bei dir im Einsatz. Zweitens, gut, das hast du mehr berücksichtigt als ich. So, der dritte Punkt. Der Geschmack. Ah ja, gut, das hätte ich mir auch noch denken können. Viertens, der Abgang oder das Finale, wie der Franzose sagt. Der liebe Herr Wolf weiß das wahrscheinlich auch, aber er hat zwischen euch beiden linguistischen Titanen es auch nicht immer leicht gehabt. Ja. Ja, das stimmt allerdings. Till hat dauernd dazwischen gequatscht. So, mit dieser Struktur bekommt jeder Wein oder Champagner die gleiche korrekte Behandlung, die ihm gebührt. Außer Industrieweine natürlich. Und on top können eure Hörer das Erlebte besser visualisieren. Ich hoffe doch, dass das nicht das letzte Tasting gewesen ist. Ich bin mir sicher, dass sich alle Cousinen und Cousinen über eine Fortsetzung freuen würden. Euer ergebenste Cousine Markus. Ja. Ja. Ist doch schön. Ist gut. Er hat ja auch richtig gut erkannt, dass du außer dem Alkohol nichts erkannt hast. Man muss Markus insofern recht geben, so ein bisschen Struktur hätte, mehr Struktur hätte uns vielleicht noch besser getan. Ja, aber das ist immer so, am Anfang nimmt man sich das vor und ich habe mir ja auch wirklich vorgenommen, immer nur kleine Schlückchen zu trinken. Aber du kannst ja nichts machen, wirklich ab dem vierten Schluck ist das Zeug im Blut und fängt an zu kreiseln. Ja, zu ballern. Ja, toll. Und dann ist die Struktur meistens zum Teufel. Ja. Ja. Aber du siehst ja, es hat einfach eine Menge Geld gebracht für eine gute Sache und damit ist alles verziehen. Denn, apropos gute Sache, eben, ich hatte gerade den ersten Bissen von meiner Vollkorn-Schnitte genommen und eine herrliche Tasse Kaffee mir eingeschenkt, rief mich mein Rechtsanwalt an. Aha. Und ich, also, das klingt jetzt so ein bisschen nach Werbung, was ich mache, aber ich bin einfach so begeistert von diesem Mann. Du weißt ja, dass ich mich nicht so gerne an Verkehrsregeln halte, um das mal vorsichtig auszudenken. Ja, aber lass doch das Verkehrs weg. Ja, okay. Du weißt, dass ich mich nicht gerne an Regeln halte und ein bisschen Schwierigkeiten mit Obrigkeiten und... Ich habe gewisse Schwierigkeiten mit Autoritäten. Ja, lass mal so. Die Tente kleiner Striche gefällt mir allerdings besser, muss ich zugeben. Aber ich wusste, dass es dir gefällt, deswegen habe ich es gesagt, ich persönlich würde, normalerweise kommt das ja nicht über meine Lippen, aber ich kenne ja deinen Hang zum Dirty Talk. Ja, sonst hätte ich doch nicht diesen Podcast mit dir. Pass auf, jetzt ruft mich heute Morgen mein geliebter und hochgeschätzter, beinahe hätte ich gesagt, Kollege, nein, Rechtsanwalt Tyson aus Steinfurt rief mich an. Ich bin bei Stump, Stump, Stump. Wie heißt der? Der heißt auch noch Tyson, von mir liebevoll Mike Tyson genannt, mit E-Y. Der wird etwas anders geschrieben, T-H-E-Y-S-E-N. So, und der wurde mir vor Jahren mal empfohlen und der hat mich seitdem nie enttäuscht. Echt, also der hat mich aus Sachen rausgehauen und jetzt die letzte Verkehrssache, die ich hatte. Ist das so ein Advocado-Pitbull? Der absoluter Pitbull. Und wo selbst, wo der Richter schon den Kopf auf den Tisch legt, die Staatsanwaltschaft die Füße über den Kopf zusammenschlägt und selbst ich als Mandant sage, Herr Tyson, es ist doch gut jetzt. Da wird der Rechtsanwalt Tyson nochmal richtig aktiv, sage ich dir. Ich hatte eine Sache, die war aussichtslos, die war komplett aussichtslos. Also zwei, drei Monate Fahrverbot, mehrere Punkte waren mir eigentlich sicher. Und zwar bei Dorsten auf der A31, das ist schon anderthalb Jahre her übrigens. Richtung Emden wahrscheinlich. Richtung Emden, genau. War ich in einer Baustelle, da war 80 angesagt, mit, also nach Abzug von allem 133 unterwegs. So, jetzt hat, ich war geblitzt worden. Tatsächlich. Mit neuster Technik, also da war eigentlich nichts anzufechten und mir war klar, du kannst den Lappen jetzt zwei, drei Monate abgeben, wie gesagt, eine Menge Geld bezahlen und noch ein paar Punkte. In Straflager hätte ich dich geschickt, Steine kloppen, jeden Tag. Ja, alle Richter am liebsten auch. Dieser Richter auch, ein junger, sehr engagierter Richter, der mich auch wirklich bestrafen wollte, hatte die Rechnung allerdings ohne Mike Tyson gemacht. Rechtsanwalt Tyson ist an die Sache rangegangen, wie gesagt, das liegt jetzt schon anderthalb Jahr zurück, aber es gab Stellen, wo ich am Telefon gesagt habe, Herr Tyson, es ist doch jetzt gut, dann zahle ich jetzt so, nein, heute Morgen kam so ein fünnseitiges Schreiben von ihm, wo er das alles begründet hat. Die Verhandlung war auf, ich glaube, zehn Minuten oder vier Stunden angesetzt, also im Prinzip eine Standardverhandlung, dachte der Richter. Ich glaube, allein das Plädoyer von Tyson war eine Dreiviertelstunde lang, währenddessen hat er den betreuenden Oberwachtmeister, der für dieses Gerät zuständig ist, glaube ich, in Rente geschickt. Na ja, das Ende vom Lied ist jetzt, ein Punkt, kein Fahrverbot und 120 Euro. So, und dann habe ich gesagt, Herr Tyson, super, super großartig, wohin muss ich überweisen? Er sagt, langsam, das schriftliche Urteil kommt ja noch, vielleicht finde ich da noch einen Haken. Oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich, ganz zum Schluss habe ich gesagt, Herr Tyson, ich wünsche mir manchmal, dass ich in echte Schwierigkeiten komme. Und stattdessen, dass er sagt, um Himmels Willen, Herr Schröder, hier nochmal meine Handynummer, samstags nachts etwas länger klingeln lassen, dann bin ich aber da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob mein Glauben in den Rechtsstaat nach dieser Geschichte noch weiter vom Bestand sein kann. Der Mann kämpft für uns, der hätte Nelson Mandela 25 Jahre eher rausgeholt. Ja, ja, gut, gut, das, ja. Ein Kämpfer für die gerechte Sache, meinte ich. Ja, für die gerechte Sache, aber nicht in deinem Falle ja nun wirklich fehlgeleitet, völlig unpädagogisch. Ich fahre halt nicht gerne langsam. Wenn ich nicht wüsste, wenn ich nicht wüsste, dass du schon Unsummen, wirklich Unsummen für einen guten Zweck gespendet hast, würde ich jetzt ausrasten. So allerdings hoffe ich einfach, dass es beim nächsten Mal aber dann, wenn sie dich dann blitzen, dass es dann aber sitzt. Nix, nix da, da ist Moser. Ja, ehrlich, der ist mein Held, der ist mein Star, ja, und das ist mein A-Promi, das ist mein einziger A-Promi, außer du natürlich. Ja, natürlich, ich schätze, dass er nach dieser Folge so richtig durchstarten wird. Großartig. Ja, wozu machen wir noch Gesetze? Aber das führt uns jetzt in die falsche Richtung, denn wir hatten ja aufgerufen, dass ihr uns... Bühne, du unterhältst dich gerade mit mir, ne? Du sprichst so bedeutungsschwanger, als würdest du wie Mussolini vom Balkon predigen. Ja, ich wollte jetzt sozusagen, das ist immer so ein bisschen so offiziell sprech, damit ich einfach sozusagen den B-Teil der Folge einleiten kann. Ja, jetzt mach dich wieder locker, zieh den Stock aus dem Arsch und sprich ganz normal zu deinem alten Kumpel Atze. Hör mal, du Tonto, wir hatten noch... Ja, so. Hör mal, du Tonto, wir hatten noch unseren Cousinen gesagt, sie sollten uns mal Begegnungen mit Promis schicken, skurrile, lustige, was weiß ich nicht noch alles. Ja, Gottlieb Wendehals, Marie-Luise Maya. Ja, Majoran, Marie-Luise Majoran oder wie sie auch genannt wird, da muss Mayo dran. Ja, das hatten wir euch... Die Amigos. Ja, hast du das gelesen? Das geht mir auch schon wieder offen. Ich wusste, das geht mir so auf den Sack. Was ist passiert? Sag mal kurz, was ist passiert? Die Amigos? Ja, ich glaube, die Amigos... Das ist so ein Gesangsduo, Volksmusikduo aus Hessen. Ja, das sind so zwei Rentner-Bots, die irgendwie so... Ja, beschreibt die mal. Das ist normalerweise... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das sind ehemalige Busfahrer tatsächlich. Ja? Ja. Mit Pilzfrisur, würde ich sagen. Dann sind das aber wirklich Klischee-Busfahrer, wie man sie sich so in schlechten Filmen vorstellt. In meinem Bus wird nicht gegessen. Ich nehme gleich das Handy weg. Noch ein Ton und du bist draußen. Ja, genau. Auf jeden Fall haben die, glaube ich, mehr Nummer 1 Hits jetzt gehabt als die Beatles oder sowas. Kann das sein? Ich habe es mir nicht erfolgreich... Ja, ich glaube, sie haben jetzt den 18. Nummer 1 Hits und die Beatles hatten in Deutschland nur 17. Ja. Und wofür die Amigos, glaube ich, 30 Jahre brauchen, haben die Beatles in 10 Jahren oder in 8 Jahren ihre 17. Du willst sie doch nicht wirklich miteinander vergleichen, oder? Ja, eben, weil diese Vergleiche einfach totaler Schwachsinn sind. Und einfach nur, man muss irgendwas schreiben. Also, ich meine, weder, dass sie irgendwo in eine Sonde für die Aliens aufgenommen werden, noch, dass sie jemals im Musikunterricht in irgendeiner Form behandelt werden, was sollen diese Vergleiche? Ja, und die Amigos aber auch nicht. Ich konnte die nicht weglassen. Ey, sag mal, hast du von Thorsten Sträder diesen super Gag mitgekriegt, dass er gesagt hat, meine Eltern waren so starke Raucher, dass ich bis zum 15. Lebensjahr gedacht habe, von den Beatles gibt es auch ein gelbes Album? Ja, der ist gut, ne? Ja, 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 unser Herr Sträter, der liebe Thorsten. Ja, der ist wirklich gut. Ja, also solche Vergleiche sind natürlich totaler Schwachsinn und ich weiß auch gar nicht immer, warum das geschrieben wird. Ich gönne den Amigos jede Nummer 1 und jede verkaufte Scheibe. Ich habe gar nichts gegen die beiden Typen. Sollen doch machen, was sie wollen. Aber das ist doch, das ist so als, wie soll man das vergleichen? Dafür gibt es gar keinen Vergleich. Das ist einfach absurd. Das ist einfach absurd, weil es Musik wissenschaftlich natürlich so dämlich alles ist. Ach Gott, ich könnte mich aufregen über so eine Scheiße. Meine Güte. Ja, der eine ist jetzt wieder Opa geworden von denen und der heißt Karl-Heinz. Einer von denen heißt Karl-Heinz. Oder wie Hoeneß sagen würde Karl-Heinz. Hoeneß hat ja zu Rumme immer nur nicht Karl-Heinz gesagt, sondern Karl-Heinz. Karl-Heinz. Ja. Und pass auf, und weiß, wie der Enkel heißt. Also jetzt nicht verbrieft, aber ungefähr. Mit Vornamen Marisol. Nee. Ich meine Marisol. Unsere Cousinen werden das berichtigen, aber ist egal. Jetzt stellvertretend für exotische Namen, aber ungefähr so. Marisol Karl-Heinz heißt der Enkel. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist doch alles nur noch zum Weinen. Das ist doch alles so schön, ne? Ja, so schön ist das alles. Wunderbar. Aber ich würde vorstellen, ich werde mich demnächst mal mit den Amigos auseinandersetzen. Ich weiß auch nichts darüber und werde hier ähnlich wie bei Christine Neubauer mal ein Referat halten. Ja, wunderbar. Wunderbar, damit wir das auch berücksichtigen können. Du siehst, wie mir sowas einfach, ich musste das alles schon irgendwie vor ein, zwei, drei Jahren ertragen, als Andrea Berg mehr Platten verkauft hatte als Pink Floyd. Ja. Und das genauso breit gewalzt wurde, wo man denkt, ja, sicher, natürlich, das ist richtig. Deswegen wird ja auch, ich habe dich tausendmal belogen, in die Musikgeschichte eingehen, in die ewige und Wish You Were Here wird weiterhin auf jeder Polterhochzeit im besoffenen Kopf mitgegoldet. Natürlich. Oh Gott. Könnte man auch als Walzer spielen übrigens, Wish You Were Here. Wish You Were Here. Ich wusste, warum, ich kann mir mal wieder 100 Euro auswählen, ich wusste, dass du natürlich diesen kruden Move machen wirst und natürlich dieses dämliche Wish You Were Here von Rednecks mit dem Wish You Were Here von Pink Floyd verwechselst. Stimmt, stimmt. Ja, tu doch nicht so scheinheilig. Nein, ich habe wirklich nichts. Jetzt muss ich mal, dann sind wir auch beim Thema Promis, das ist auch, das ist ganz witzig und zwar habe ich mal eine Zeit lang für die OVB gespielt. OVB war so ein Strukturvertrieb für Versicherung, Finanzdienstleistung, so ähnlich wie die Verbrecherorganisation von Carsten Maschmeyer. Wie hießen die noch? AMG oder so, ne? AWD. Früher gab es AWD und OVB gibt es immer noch, anscheinend sind die etwas seriöser und für die habe ich so auf jeder Gala gespielt, auf jeder Tagung. Und was auch immer gesetzt war, waren eben die Rednecks, weil der Kampfsong der OVB-Vertriebler war The Spirit of the Hawk. Aha. Und die kamen nur für die Nummer angereicht. Es war doch immer hier dieses The Spirit of the Hawk. Genau. Dann kennt man von denen natürlich noch Wish You Were Here und der Smash-Hit war natürlich Cutten Eye Joe. Cutten Eye Joe. So und ich habe über Jahre habe ich für die gespielt, zig Veranstaltungen und jedes Mal waren Rednecks dabei, aber nicht zweimal in derselben Besetzung. Außer Red und Necks war kein Originalmitglied mehr vorhanden. Ja, der mit den Rasterlocken war immer dabei. Der Indianer? Der hat auch glaube ich abgerechnet. Achso, okay. Und die musste eigentlich immer nur The Spirit of the Hawk sein. Und das ist... Vielleicht habe ich deshalb irgendwo in so einer Gehirnzelle noch festsitzen, eben Wish You Were Here. Ja, ja. Ich glaube einfach, dass es deine ganz normale Niedertracht ist. Nein, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass es... Deine ganz normale Niedertracht ist. Nein, da ist mir wirklich die Originalnummer auch zu heilig. Gebe ich gerne zu. Ach. So weit hast du mich schon. Ja, ich habe es neulich nochmal wieder gehört und bin im Auto, im Auto einfach wieder, ich hatte Tränen. An der Stelle... What have we found? Same old fears. Wish you were here. Da hat es mich wieder zerrissen. Es ist immer... Weißt du, diese Textzeile... We are just too lost, so swimming in a fishball. Year after year. Running over the same old ground. What have we found? Same old fear. Wish you were here. Dieses... Was haben wir gefunden? Dieselben alten Ängste. Ich wünschte, du wärst da. Ach, das ist etwas, das geht mir in dem Moment durch Mark und Bein. Kennst du das auch, wenn so Texte, wenn man Texte auf seine eigene Lebenssituation bezieht? Ich glaube, das kennt man noch aus der Pubertät. Wenn so eine Liebe vorbei war und dann auf einmal hört man Flugzeuge im Bauch. Ja, gutes Beispiel. Weil du verlierst dich dann in so einem Text und der Text hilft dir vielleicht auch über dunkle Stunden hinweg. Und wenn dann jemand kommt und deine Wut jetzt mal zu beschreiben, die wir letzte Woche angesprochen hatten, wenn es um die Stones ging. Und wenn dir dann einer sagt, boah, der Text ist ja totale Kacke, dann hast du heiligen Zorn. Ja, ja, ja. Das ist ja... Und das Schöne ist ja auch, dass zum Beispiel der Text, den du auf dich beziehst, vielleicht eine ganz andere Ursprungswirkung haben sollte. Zum Beispiel Every Breath You Take ist so ein ganz simples Beispiel. Das wird ja von vielen als das Liebeslied, auch bei Hochzeiten, so jeden Atemzug, den du machst, werde ich bei dir sein und was weiß ich nicht alles. Aber der Song ist ein böser Song. Es ist ein böser Song. Ja, da hat er seine Ex-Frau hinterher geworfen. Der gute Andy Summers. Ja, und er hat gesagt, ey, pass... Gordon Summers, Entschuldigung. Sting, ja. Gordon Summers. Und es war einfach ein Paranoider, so ein Shizu-Song einfach, ne? Pass bloß auf, ey. Ich häng dir im Nacken, ey. Ich mach dir... Ich mach dich Messer. Ja, ja. Es ist ein böser Song. Es ist ein böser Song. Und die meisten Leute wollen ihn einfach als total romantischen Liebessong verstanden haben. Ja, ja, ja. Verrückt, ne? Ja. Ja, allein, dass du den Text jetzt so konntest von Which You Were Here, zeigt ja, dass das was bedeutet. Ja, kann ich auswendig. Apropos Boshaftigkeiten hinterherwerfen. Ich hab jetzt in der Zwischenzeit den wahren Namen des vierten Enkels gefunden. Jetzt kommt der wieder mit den Amigos. Von Karl-Heinz, von den Amigos. Der Junge heißt Milo Karl-Heinz. Milo Karl-Heinz. Ja, und weißt du, wie Milo geschrieben wird? Nee. M-A-I-L-O. Ich kann einfach nicht mehr. Wir reden über psychologische Texte wie Wish You Were Here, über Popmusik vom Allerfeinsten, über Rockmusik mit Tiefgang und dann kommt Milo Karl-Heinz, ey. Nee, das ist alles, ey. Karl-Heinz, Karl-Heinz. Ich kann das alles nicht mehr. Ich bin jetzt schon gebrochen. Es ist soweit. Ich mach gleich hier eine von unseren Champagnerflaschen auf und geb mir schon morgens eine in die Rübe, weil ich das alles nicht mehr ertrage. Till, ich sag dir mal, ich kann nicht mal hören, dass jemand Alkohol trinken will. Nach einer Woche Sylt bin ich wieder platt wie eine Flunder. Mann, Mann, Mann. Ja, das glaub ich dir gerne. Sag mal, hast du Kloppo die Jacke zurückgegeben? Ja, ich hab sie im Manepal liegen lassen bei Pius, beim großartigen Promi-Wirt-Pius. Ein Mann, der hier locker mithalten könnte, verbal. Und der hat die Jacke zu sich hin ins Auto gelegt und wird sie dann Kloppo wieder zukommen lassen. Sag mal, das erinnert mich an die Story. Hat Martin Semmelrogge dir auf Mallorca nicht mal eine Jacke geklaut? Ja, das stimmt allerdings. Also, was heißt geklaut? Also, ausgeliehen, oder? Wie war die Story? Ja, ich hab das im Nachhinein abgesehen, somit wurde aus dem Diebstahl eine Leihgabe. Oder ein Geschenk, sagen wir es mal so. Ich hatte, du weißt doch, das legendäre Boot, was ich hatte, die Cigarette, die rote Cigarette. Ja. Und da hatte ich mir in Saint-Tropez so Original-Sachen, Cigarette-Sachen besorgt, weil in Europa gibt es, glaube ich, nur noch da einen Shop für Cigarettes. Wen wundert's. Und da hatte ich mir so eine bestickte Jacke gekauft, wo eben das Cigarette-Logo drauf war und so weiter und so weiter. Und dann war ich bei Kalle, den kennst du ja auch noch. Ja. Promi wird Kalle. In Cala Figuerra hat er sein Lokal, das heißt nicht Dolce Vita, sondern Pura Vida. Ja. Haben wir einen wunderbaren Arm verbracht. Genau. Und dann hat Kalle seinen Geburtstag gefeiert und alle möglichen Promis aus der Gegend waren da. Auch Ochse Uvenknecht mit seiner Kiki, der ja sehr glücklich ist mit seiner zweiten Frau Kiki. Ja. Und aber Martin Semmelrogge war auch da. Und da wurden immer schon so Storys erzählt. Es war ein Supermarktbesitzer. Ich sag jetzt mal nicht den Ort, sonst fällt's auf. Auf jeden Fall in der Nähe von Kalle Figuerra. Und der sagte, wenn der Semmelrogge auf... Und da war gerade... Genau, wir kamen deshalb darauf, weil in der Bild-Zeitung und überall stand, dass Semmelrogge, Uwe Ochsenknecht, als der gerade nicht da war auf der Insel, die Terrassenmöbel geklaut hat. Und bei sich selber aufgestellt. Stand aber in der Zeitung. Stand alles in der Zeitung. Ja, insofern verrate ich hier keine Geheimnisse. Ey, was heißt geklaut? Ich hab mir die ausgegeben. Ja, der war ja nicht da. Und ich wollte ja eigentlich fragen. Und naja. Ja, und dann... Naja, und so, das war in aller Munde. Wir machten uns lustig. Und dann erzählte Sven Unterwald, dass er eben auch Semmelrogge in diesem Supermarkt getroffen hat. Und ja, Sven hatte Semmelrogge, ich glaub, fast zehn Jahre nicht gesehen. Und die treffen so am Regal aufeinander. Die Wagen schieben aufeinander. Und Semmelrogge sieht ihn. Und statt, hallo Sven, lange nicht gesehen, guten Tag, sagt er, kannst du mir, ich kann dich nicht so nachmachen wie du, kannst du mir 100 Euro leihen? Kannst du mir 100 Euro leihen? Ja, und der Supermarktbesitzer sagte, er sieht immer, wenn Semmelrogge im Laden ist, über die Überwachungskameras in seinem Büro, dass Semmelrogge gern mal so an die Würstchengläser geht und Würstchenglas aufmacht und Würstchen isst, das Glas wieder zuschraubt und zurückstellt. Ich sag, und was machst du dann? Er sagt, nee, ich bin Fan von Semmelrogge, ich lass den Gewehren, ich hab Spaß da dran. Und während wir es so erzählen, sehe ich, wie der gute alte Martin meine Zigarettenjacke anzieht, so 20 Meter entfernt, die hatte ich so wie an den Stuhl gehangen und nach Hause geht. Und eigentlich bin ich auch ganz stolz drauf, also es war kein Diebstahl, es ist im Nachhinein ein freundliches Geschenk von mir an den Volksschauspieler Semmelrogge. Ja, und wenn ihr auf Malle ein schönes Glas Böcklunder mit nur fünf Würstchen drin zu Hause aus dem Einkaufsnetz holt, dann denkt bitte daran, nicht weiter essen. Ja, oder mit Genuss, weil es ist ja ein Promi-Glas. Ist das alles schon wieder geil? Ja, es hat uns eine Kim Wilde geschrieben. Aber nicht die Originale. Nein, nicht die Originale, schätze ich mal nicht. Liebster schreibt sie Tilly Vanilli. Ach, das bist du, warte, das nutiere ich mir, das gefällt mir, Tilly Vanilli. Und liebster Atze, hier zwei wunderschöne, leicht sexuell aufgeladene Promi-Begegnungen mit Gunther Gabriel. Das geht ja gut los, ey. Ja, es trug sich eins zu, dass ich Gunther Gabriel im beruflichen Kontext treffen sollte. Als ich ihn das erste Mal sah, saß er Backstage im Catering, ein Bein im Gips und unterhielt einen Tisch mit verstört nickenden und lächelnden Menschen, indem er ihnen lautstark beim Essen sehr, 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 sehr dreckige Witze erzählte. Ich ging also zu ihm, stellte mich vor, er musterte mich und entgegnete, Mädchen, frag mich mal, wieso ich ein Bein im Gips habe. Ich total spontan, oh, Gunther, wieso hast du denn bloß ein Bein im Gips? Er, gute Frage, ich hab eine Olle gebumst von hinten, bin ausgerutscht und voll auf den Arsch geknallt. Diagnose Sexunfall. Ah ja, was soll man dazu sagen, außer höflich und unglaublich hysterisch zu lachen? Der ganze Tisch tat es mir nach. Gunther gefiel das, er sah sehr zufrieden aus. Oh Gott, pass auf. Später sollte Gunther einen Live-Auftritt haben. Vor seinem Auftritt sollte ein zehnköpfiger Altmännerchor auf die Bühne gehen. Nach ihm sollte eine heiße Truppe von Samba-Tänzerinnen performen, die sich Backstage natürlich warm machte, dehnte alles in sehr, sehr knappen Kostümen. Die Samba-Tänzerinnen brachten Gunther ziemlich in Wallungen und das übertrieb sich irgendwie auch auf den Altmännerchor. Gunther heizte den Herren Backstage ziemlich ein, indem er sie fragte, ob sie denn in ihrem Alter noch eine ordentliche Latte bekämen und ob mit den Weibern überhaupt noch was ginge. So kam es, dass er Backstage ein paar Viagra verteilte und als der Altherrenchor auf die Bühne gehen sollte, fiel einigen das Gehen nicht mehr so einfach, weil die Hose untenrum etwas strammer saß als zuvor. Ob die Herren nun tatsächlich Gunther's Viagra genommen hatten oder auf natürliche Weise aufgrund von Dr. Gabriels Sexy Talk in Kombination mit leicht bekleideten Samba-Tänzerinnen die sexuell aufgeladen waren, weiß nur die Legende. Es grüßt sie herzlichst, ihre Kim Wyatt. Großartig. Ja, Gunther Gabeljum muss ziemlich sexistisch und chauvinistisch unterwegs gewesen sein. Von gutem Benehmen soll ich das alles nicht so wahnsinnig. Ich kann mich nur daran erinnern, als wir unsere erste CD aufgenommen haben, im Studio in Dortmund, da gab es einen von den Studio-Jungs, denen das gehörte, der war zu der Zeit als sein Tourmanager unterwegs mit ihm, mit Gunther. Und der hat sich die Haare büschelweise ausgerissen, weil der Typ einfach nicht zu handeln war. Unter anderem erzählte er die Story, dass Gunther grundsätzlich Rechnungen unter 1.000 Mark zerrissen hat und in den Papierkorb geschmissen hat. Das hat mich damals so fasziniert. Zahlungsaufforderungen vom Finanzamt oder irgendeine Rechnung 998 D-Mark einfach kaputtgerissen, ab in den Papierkorb zahre ich. Weg damit. Ist zu wenig. Was für ein Kriterium, ne? Ja, ja, ja. Ist ihm ja auch hinterher so ein bisschen vor die Füße gefallen. Er hat dann sogar tatsächlich auf der ersten Till und Obel CD ein kleines Lied gespielt. Ja. Und zwar hatten wir so eine Gunther Gabriel Parodie. Er fährt mit 30 übern Wiesel. Für das Tier echt ne Tortur. Und es kam dann zur Zusammenarbeit, weil er da eben im Studio war. Ja, ja. Und dann hat er so einen kleinen Country-Song für uns eingespielt. Kann man mal nachhören, wenn man Lust hat. Alles sehr bizarr. Sehr hilfsbereit damals. Aber was für ein schräger Freier, ne? Wahnsinn. Viagra an den alten Männerchor verteilt. Und überhaupt, ey. So ein abends kleines Produktionsmädel da irgendwie so vollzuladen. Ja, das war ja auch seine Spezialität. Gunther Gabriel, ich glaube, der kommt aus Herford. Er kommt aus einer ziemlich kaputten Familie. Jede Woche kam, glaube ich, ein neuer Vater durch die Tür. Teilweise auch nur stundenweise. Es wurde zu Hause auch viel geprügelt. Also eine echte Chance hatte er, glaube ich, nie auf ein ruhiges Leben. Ja, tragisch. Und ich meine, ich glaube, er hat ja Millionen verdient. Und es ist auch einer von denen gewesen, die es wirklich kübelweise aus dem Fenster wieder rausgeschmissen haben. Meine Güte. Naja, komm. Nächste Geschichte. Was hast du denn da mal? Für uns? Ja. Ach, du meinst in Sachen... Promi. Promi, ja, warte, den muss ich vielleicht mal kurz machen. Das schreibt Cousine Thomas aus Heidelberg. Und zwar hat der studiert Brauwissenschaften. Jawohl, Bier machen, schreibt er. Wusstest du, dass es so etwas gibt? Nee, das wusste ich überhaupt nicht. Vor 20 Jahren, Anfang des Jahrtaus, hat das in Berlin meine damalige Freundin, es war eine Freundin von Arnie, die ihres Zeichens damals mit Matthias Schweighöfer zusammen war. So, und dann ging die abends raus. Und dann haben Matthias und ich uns super unterhalten. Es ging stundenlang ums Thema Bier. Biersorten, Geschichte des Bieres, der Beruf des Bierbrauers, auch das Thema Bier und Bier selber. So, als Fachmann gab ich natürlich zu allem meinen Senf. Und irgendwann habe ich gefragt, sag mal, was machst du denn so beruflich? Weil er wusste überhaupt nicht, wer das ist. Also, du gehst mit Matthias Schweighöfer abends einsaufen und irgendwann fragst du, sag mal, was machst du denn eigentlich beruflich? Und dann hat er geantwortet, ganz kurz und knapp, er sei Schauspieler am Theater. Und da Thomas sich aber am Theater nicht auskannte, war damit zufrieden und alles war gut. Und die hatten noch einen schönen Abend. Naja, und irgendwann ist er mit seiner neuen Freundin in kein Ohrhasen im Kino und war sehr vertutzt, dass plötzlich Matthias Schweighöfer auf der Leinwand auftauchte, mit dem ich einige Monate vorher noch gut gebechert hatte und der null Star-Allüren hatte. Das war ihm wichtig, das zu sagen. Matthias Schweighöfer war ganz normal. Hat einfach nur gesagt, Theaterschauspieler. Gruß aus Heidelberg, Cousine Thomas. Ja, so habe ich Schweighi auch immer kennengelernt, als ganz normalen Typen, mit dem man Pferde stehen kann und der, wenn es ums Bier geht, immer an vorderster Front dabei ist. Ja, zauberhaft eigentlich, ne? Ja, man freut sich ja. Wir haben ja eben drüber gesprochen, dass wir so einige mit Katzenscheiße einsalben. Und das sind meistens aber nicht die, die ganz normal sind, sondern die den Dicken machen, ne? Ja, absolut. Und das ist auch eine schöne Geschichte, ne? Ganz normal. Guck mal, hier schreibt uns Cousine Markus, lieber Arzt, lieber Till, es hat sich zugetragen, Ende der 80er in Bielefeld, vor der Diskothek Elfenbein. Die kennen wir beide auch. Da haben wir sowohl du mit dem Proll und ich mit Till und Obel auch angefangen in Bielefeld. Genau. Also in der Diskothek Elfenbein. Harpe Kerkeling hatte vorher einen Auftritt in der Stadthalle und hatte sich anschließend auf der Tanzfläche mit einer Dame in sehr gesetzten Alter vergnügt. Das war wahrscheinlich die Mutter von Gerd und Iris. Wir waren der Meinung, es ist die Putzfrau, Frau Jaschke, die Teil seiner Show war. Als ich dann in den frühen Morgenstunden voll des Holdenweines die Disco auf der Suche nach einem Taxi verließ, sagte jemand zu mir, dort in dem Taxi sitzt Harpe Kerkeling mit einer Frau. Ich schaute und konnte keinen Fahrer sehen. Ich habe dann hinter dem Steuer Platz genommen und habe mich als euer Taxifahrer vorgestellt. Wo wollt ihr denn hin, habe ich gesagt. Ins Mövenpick. Leider konnte ich natürlich keinen Schlüssel finden. Ich habe dann gesagt, ich werde die Zentrale verständigen, da ich den Schlüssel verloren habe. Wild auf dem Sprechfunk rumdrückend, Taxi 243, Zentrale, bitte komm, Taxi 243, Zentrale, ich habe meinen Schlüssel verloren. Das ging eine ganze Weile so. Frau Jaschke war voll auf Krawall gebürstet. So ein asoziales Kaffee, die haben mir meine Handtasche geklaut. Harpe lachte sich die ganze Zeit kaputt. Dann klopfte ein Freund von mir an die Seitenscheibe und fragte, ob wir ihn mitnehmen können. Harpe hatte nichts dagegen. Frau Jaschke wurde immer krawalliger und pöbelte die ganze Zeit. Dann tauchte der echte Taxifahrer auf. Frau Jaschke, so, jetzt gibt es auf die Fresse. Das ist doch schon alles wieder. Der Fahrer stand vor meiner Tür. Ich öffnete die Scheibe einschließt und fragte, sie wünschen er, das ist mein Taxi und ich würde gerne einsteigen. Wir sind dann unter dem Geschrei von Frau Jaschke prustend ausgestiegen. Als das Taxi wegbrauste, schaute Harpe aus dem Heckfenster und winkte uns lachend zu. Als Harpe später eine Show hatte, in der er als Taxifahrer Leute verschaukelte, musste ich schmunzeln. Die Story machte damals die Runde und meine beiden äußersten attraktiven polnischen Geschäftspartnerinnen nennen mich bis heute noch Frau Jaschke. Mich würde es immer noch brennend interessieren, wo der Taxifahrer eigentlich gewesen ist. Aber das weiß wahrscheinlich nur Harpe allein. Was war auch für ein geiler Move, einfach sich so als Taxifahrer auszugeben, sich da reinzusetzen. Ja, und zwar Marlene Jaschke, also Jutta Wübbe, wie sie eigentlich heißt, dann immer weiter ausrasten. Geil. Ja, 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 natürlich. Und Harpe sich am Beömmeln. Das kann man sich so richtig gut vorstellen. Ja, ja. Tritt die eigentlich noch auf, Marlene Jaschke? Äh, Frau Jaschke, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wer es weiß, bitte mal sagen. Die war ja abseits der Bühne eine höchst attraktive Jutta. Cousine Katja hat uns geschrieben. Ja. Cousine Katja erzählt, dass sie zweimal, und jetzt pass auf, liebe Mädchen, liebe Cousinin, hört bitte genau zu. Liebe Frauen. Denn das wird euch gefallen, was ich euch jetzt erzähle. Cousine Katja schreibt uns, dass sie in Hamburg zweimal innerhalb von zwei Stunden in der Innenstadt Brad Pitt getroffen hat. Ach, wo denn? Ja. In welchem Promi-Hotel? Nix da, einfach in der Innenstadt, das erste Mal draußen, und das zweite Mal im H&M an der Spitaler Straße. Wie geil ist das? Das gibt es doch gar nicht, ne? Du bist im H&M und tritt Brad Pitt. Ja, das gibt es doch gar nicht, oder? Also wirklich, das, was ich jede Frau vielleicht mal so wünsche, wenn sie auf Brad Pitt steht, und das sind, glaube ich, nicht wenige, die auf diesen sehr gut aussehenden Typen stehen, gehst du da einfach bei H&M und denkst dir, ja, da ist Brad Pitt. Und einmal hat, sie hat ihn dann angeguckt und er hat zurückgeguckt nach dem Motto, okay, du hast mich erkannt, aber sie hat einfach stillgehalten und, ja, großartig, oder? Ja, ja, ja. Brad William Pitt. Ja. Es gibt so alles gar nicht. Ja, Wahnsinn. Deswegen Augen auf im H&M, oder? Ja, und dieselbe Katja hat mir da nochmal geschrieben, sie war dann, hat sie sich auf, sie wollte sich auf die Aftershow-Party vom Echo einschmuggeln. Ja. Wie, du weißt ja, wie das ist, manchmal machen die Türstehende ja bei Leuten, die ihnen sympathisch sind und die dann so weit schon vorgekommen sind, dann wirklich eine Ausnahme und lassen die dann rein. Ja, ja. Und sie wurde eben halt reingelassen, aber da gibt es doch ein schönes Vorspiel, sie hat also dann gesagt, oh, wir möchten da unbedingt rein, bitte, bitte, bitte ich. Sie hat gesagt, ich möchte so gerne Ben Becker kennenlernen. Und dann hat der Security-Mann zu ihr gesagt, also, wenn du, wenn es wirklich um den geht, dann lasse ich dich nicht rein. Er hatte Angst um Katja. Ja, er hatte Angst und sagte, also, der ist nur wirklich, das ist kein guter Umgang, dann lasse ich dich nicht rein. Und dann sagte sie, nein, ich will ja auch noch andere kennenlernen. Und dann hat sie tatsächlich sich mit unserem lieben Freund Bastian Pastewka, Shoutout an dieser Stelle, mit unserem lieben Freund Bastian Pastewka stundenlang unterhalten und bestätigt das, was wir natürlich schon immer sagen, dass Bastian Pastewka, unser Lieber Freund Bastian, ein wahnsinnig netter, super lieber Typ ist. Fertig. Ja, und für mich einer der lustigsten Menschen dieses Planeten. Absolut. I agree. Toll, oder? Ja, total. Diese Katja, der hat das. Sag mal, Echo, wen hast du, hast du nicht mal Anastasia auf dem Echo getroffen? Ja, ja. Und zwar, damals war, jedes Jahr war man da. Irgendwie hielt die Plattenfirma das für nötig, dass man da auftauchte. Dann hat man ein Jahr, hat man mit Wolle Petri gesoffen, ein Jahr drauf tatsächlich mal mit Ricky Martin klein gehoben. Aha. In dem Fall passt ein klein gehoben, weil der ist echt klein. Er war damals auf der Höhe seines Schaffens. Un, dos, tres, doba dante Maria und so. Pack mir an die guirlande Maria, wie wir es immer ganz übersetzt haben. Und dann traf ihn Backstage und echt klein, ganz kleiner, schmaler und jetzt kommt Mischhaut. 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 Ach, du Scheinkleister. Und dann saßen wir, wie es der Zufall will, am Ende der Veranstaltung im selben Shuttle zum Interconti und haben tatsächlich da an der Bar noch den einen oder anderen Mokito reingeschüttet. Ja. Das war ganz nett. Dann, irgendwann wurde man ja schlauer, die Veranstaltung selber, Echo Verleihung, war ja immer absolut stinklangweilig, weil da sitzt ja nur so Branche, Branche, da sitzt nur Pack. Ja. Also von so Plattenfirmen und so weiter. Und alle sind cool, alle können vor Coolheit nicht laufen, hängen da in ihren Sitzen, Kaugummi kauen, warten nur auf die Aftershow-Party, es wird nicht gelacht, es wird nicht geklatscht. Zwischendurch habe ich da mal so einen Vortrag gehalten, meine besten Gags gebracht, kein Lacher. Zu allem hat dann währenddessen, während meines Auftritts, noch Sammy Deluxe einen Soundcheck gemacht. Also Sammy konnte nichts dafür, das war einfach die Organisation der Veranstaltung. Und dann habe ich irgendwann gesagt, pass auf, jetzt ist Schluss hier, wir gehen nicht mehr zur Veranstaltung, wir gehen nur noch zur Aftershow-Party. Ja. Und das war ja immer im ICC, Internationales Kongresszentrum in Berlin, direkt an der Messe. Und wenn man rauskommt aus dem ICC-Hauptausgang, dann so 50 Meter weiter, ist so ein Grieche. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Athen oder wie sie heißen, Korfu, wie auch immer. Und dann sind wir immer da zum Griechen gegangen, bis 11 Uhr, haben da schön gegessen. Übrigens war da die Musik auch besser, weil da nur so griechische Volksmusik lief. Play Buzuki lief dann immer. Ey, du bringst mich in Versuchung für unsere heutige Liste, Play Buzuki. Ich habe da zwei Wochen lang auf Korfu nichts anderes gehört, als jeden Abend im Restaurant Play Buzuki. Herrlich, ich liebe diese Nummer. Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir dann immer 11 Uhr zuerst zur Veranstaltung. Und dann in der Cocktailbar saß dann irgendwann Anastasia mit ihrer Mutter. Die hat gerne mal ihre Mutter mitgebracht. Und ich würde mal sagen, so ein Bodyguard, der so 2,10 Meter groß war, auch so breit, Nacken wie ein Stiel, auf jeden Fall mit vielen Lügen und das Blaue vom Himmel herunter erzählen, hatte ich es dann in die Runde geschafft. Also der Mutter habe ich erzählt, dass Anastasia eine gute Freundin von mir ist und ihr habe ich erzählt, dass Mutter eine gute Freundin von mir ist. Beide durchschauten das Spiel schnell, aber wir haben dann wirklich bis in die frühen Morgenstunden da gebechert. Und das ist so eine, ja, Freundschaft ist übertrieben, aber so eine Bekanntschaft, die bis heute hält. Und immer, wenn sie in Deutschland unterwegs ist oder wir treffen uns in irgendeiner Show, was ja leider bei ihr nicht mehr so häufig der Fall ist, sie ist ja auch ein bisschen krank, dann ist das immer ein ganz, ganz großes Hallo. Ach, schöne Geschichte, schöne Geschichte, wunderbar. Ich habe hier eine Geschichte, ich war bei Ingo Nomsen im Podcast eingeladen. Der Moderator von Volle Kanne, Morgenmagazin im ZDF. Ab und zu macht, ja, ja, genau. Er macht ja auch, glaube ich, ab und zu mal einen Fernsehgarten und so. Und Ingo hat mir auch eine schöne Geschichte erzählt, die werde ich jetzt mal abfahren. Rainer, fahr das Band ab. Mein Gott, ist das Band abgefahren. Du bist echt immer im Dienst, ne? Jetzt kommen wir von der Bühne wieder runter. Eine ganz skurrile, weil ich war großer Otto-Fan auch. Ja! Ich bin ja mit Otto, wir haben Otto, fassaut Hamburg, konnte ich ja auswendig an der Schule zitieren. Ich auch, genau. Und irgendwann war ich Radio-Volontär in Garmisch, ganz jung, kam frustriert aus Filmproduktionen, wo ich nie vor die Kamera durfte, sondern immer nur Kaffee kochen musste oder Schauspieler durch die Gegend fahren. Da habe ich eine Ausbildung beim Radio gemacht, die haben mich natürlich auch am Anfang nicht ans Mikrofon gelassen, aber ich durfte als Reporter irgendwas machen. Und da war Otto auf einer Feier in Garmisch und ich wollte mit ihm ein Interview machen, kam mit so einem kleinen Aufnahmegerät. Der hat gesagt, ja, gleich. Ich sage, ja, ich bin Fan, ich bin Fan. Gleich. Und irgendwann setzt er sich zu mir und ich stelle ihm die erste Frage und dann kommt ein Mädchen um die Ecke und sagt, Otto, ich will nach Hause. Und dann steht er auf und geht. Und ich war ihm jahrelang richtig, also ich habe echt, mein Otto-Bild hat da merklich gelitten und ich war sauer. Ich dachte mir, das darf der doch. Wahrscheinlich hat er an dem Abend auch einen schlechten Tag oder einfach keinen Bock gehabt. Und von daher habe ich ihm heute verziehen. Ja, auch nicht schlecht. Weg war er. Weg war er einfach. Weg war er einfach. Auch nicht schlecht. Hier unser lieber Loffi. Unser lieber Loffi hat uns auch eine Geschichte. Da fand ich das schön, dass du geschrieben hast, Andreas Oloff ist in the air. Da musste ich sehr geiern. Ja, vor zwei Tagen habe ich auch den ganzen Tag immer all you need is love. Toll, wenn man mit so einem Namen schöne Musik singen kann. Ja, unser lieber Loffi hat uns auch eine Geschichte erzählt, und die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Ja. Hören wir doch mal rein. Ja. Übrigens, Loffi, wo ich dich gerade, wo wir gerade so herrlich miteinander plauden. Gestern habe ich übrigens den ganzen Tag gesungen All you need is love. Und musste die ganze Zeit an dich denken und hatte ein gutes Gefühl. All you need is love. Love. Love is all you need. Schön, oder? Ja. Ach, herrlich. Und da musste ich an diese Geschichte denken, die du mir mal erzählt hast. Aber aufgeschrieben oder vorgelesen ist die nicht witzig. Und da habe ich gedacht, okay, dann nehmen wir diese Geschichte vorweg auf und fliegen die sozusagen jetzt in diese Folge ein. Also, erzähle sie. Sie ist gut. Ja, also, ich bin da drauf gekommen. Ihr habt ja aufgerufen, die Hörer zu schreiben, was es für tolle, prominente Begegnungen gab. Und ich hatte in meinem Leben mal, das muss so 1999, 2000 gewesen sein, Raman Najafi. Mit dem habe ich zusammengearbeitet. Ja, wo? Der Name hört sich schon sehr, 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 sehr exotisch, exklusiv an. Ja, Raman Najafi kommt aus Afghanistan und ist seit den 60er Jahren ungefähr in Hamburg. Ist eine schillernde Figur. Der hat damals auf der Schanze das Le Fonc, so einen Club, aufgemacht und den Schlachthof betrieben. Und ich hatte mit dem so ein bisschen was zu tun, weil ich für so ein Magazin gearbeitet habe und wir da Konzerte im Schlachthof veranstaltet haben. Ich war so 26 oder sowas. Und Raman hatte wirklich so einen kleinen Narren an mir gefressen. Immer wenn er mich gesehen hat, dann hat er gesagt, Lofi, so viel Licht von allen Seiten. Und man muss sich das vorstellen, das ist so ein Mann, der ist so, ich sag mal, allerhöchstens 1,60 und läuft gerne auch in afghanischer Tracht rum. Also so lederner Umhang, Kaftan und eine Weste dazu. Und sieht so ein bisschen auch aus, wie aus so einem Karl-Mai-Film. Der könnte da irgendwie auch eine Rolle spielen. So Hachi Aleph Oma oder sowas. Ja genau, und der rief mich halt an und sagte, Lofi, ich brauche Hilfe. Mein Freund Erik kommt aus England und ich kann kein Englisch sprechen. Kannst du mit mir zu seinem Hotel fahren und übersetzen? Und ich hatte eh nichts zu tun. Und man muss sagen, Raman kommt so aus diesem Umfeld, der WG von Marius Müll am Westerhagen, Udo Lindenberg, Otto. Oh, das ist die legendäre Hamburger WG, tatsächlich. Ja, da könnt ihr auch mal eine extra Folge drüber machen, über diese WG wahrscheinlich, was man da alles weiß. Aber der kommt so aus diesem Umfeld. Und wirklich schillernde Figur, super nett. Ich habe den abgeholt mit meinem kleinen roten Mini-Cooper. Ich habe damals so einen Mini gefahren, also der Ur-Mini. Und habe Raman abgeholt und wir sind zum NH-Hotel am Heiligen Geistfeld gefahren in Hamburg. Das gegenüber von dem Hochbunker. Ja, ja, kenn ich, kenn ich, kenn ich. Er wusste auch die Zimmernummer. Also wir sind direkt hochgefahren mit dem Fahrstuhl, haben dann an der Zimmertür geklopft und es öffnete ein auch genauso kleiner Mann wie Raman und sie fiel sich in die Arme und es war Eric, Raman, Raman, Eric. Und beim zweiten Blick stellte ich fest, dass das Eric Burton ist. Nein! Doch! Nein! Eric, alter, Eric Burton, der legendäre The House of the Rising Sun Eric Burton von den Animals. Eric Burton, der später einer meiner absoluten Lieblingsplatten aufgenommen hat, nämlich Eric Burton, die Claire's War. Für mich einer, ich bin jetzt schon wieder fix und fertig, für mich einer der absolut besten Sänger der Welt. Der ist einer der wenigen weißen Männer, unterbrich mich nicht, wenn ich, einer der wenigen weißen Männer, die so schwarz singen können, dass selbst schwarze Musiker mit ihm zusammen musizieren, ohne überhaupt zu wissen, dass er eigentlich weiß ist. Es ist unglaublich. Das war Eric Burton. Der stand in der Hotelzimmertür, Raman hat ihn umarmt und es ging halt hin und her, Raman, Eric, Eric, Raman. Und du warst doch, warst du nicht auch total geflacht? Ja, vor allen Dingen, ich hatte damals, so ein paar Jahre vorher hatte ich meine, da habe ich dann auch die Musik gehört und gerne mal auch eine Sportszigarette geraucht, so ein paar Jahre vorher. Deswegen habe ich den auch sofort erkannt und das Lustige war, das erste war halt da, wie geht es den Kindern, musste ich dann übersetzen, hey, how are the kids? Wobei man wissen muss, dass Raman Najafi ist der Vater der Rapper, beziehungsweise Sängerin Nina, die damals Bon Voyage mit Deichkind gemacht hat, was du nicht kennen kannst. Aber das zweite, was ich übersetzen musste, war, you got anything to smoke. We gonna roll one. Also Eric Burton wollte sofort natürlich eine Sportszigarette haben und so saß ich dann für mich. Oder wie wir Jamaikaner sagen, piece of tree smoking. Ja, genau. Auf jeden Fall saß ich dann mit den für mich damals alten Männer, ich meine, die waren halt um die 60 und ich war 25, saß ich halt im NH-Hotel und die beiden rauchten und stellten sich gegenseitig Fragen, die ich dann übersetzen durfte. Ich habe nicht mitgeraucht, denn als nächstes sagte dann Eric so, yeah, 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 I heard Peter is in the city und Raman so, ja, 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 Peter, Peter ist in der Stadt, den treffen wir gleich noch, da fährt uns Lofi bestimmt hin und ich so, natürlich, dann habe ich die beiden in meinen Mini gepackt, Raman hinten auf der Rückbank. Wie gut, es ist ein Mini, warum die beiden so klein waren. Ja, und Eric Burton saß halt auf dem Beifahrersitz und dann sind wir zum Kiez gefahren, das war so früher Nachmittag zur großen Freiheit 36. Da haben wir geparkt und sind dann durch so einen Seiteneingang reingegangen, die Treppe hoch, ich habe immer wieder so Wortfetzen übersetzt und gehen die Treppe hoch und es ist wirklich im Gegenlicht steht eine Figur, sieht uns und sagt, Raman, Eric und die beiden so, Peter, Peter und dann ging es wirklich, ich wusste gar nicht mehr, was geschah, weil es war Peter Maffay und genau dasselbe ging los mit Raman, Peter, Eric, Raman, Peter, Eric, Eric, Raman, alle haben sich im Arm gehabt und ich stand daneben, alle so um die 1,50 und ich stand da mit meinen 1,83 wie Falschgeld in der Gegend rum und dann fing ich auch an zu übersetzen, was Eric sagte und irgendwann sagte Peter zu mir, mein Freund, ich kann Englisch, aber ganz freundlich und dann hat Peter weiter übersetzt und ich stand da und konnte das alles gar nicht glauben. Eric Burton, Peter Maffay, die müssen sich aus dieser Zeit noch kennen, also ich sag mal 60er, 70er, denn ich hab dann auch jetzt, als ich die Geschichte nochmal erzählt hab, so ein bisschen recherchiert, der Raman Najafi hat sehr viel für Afghanistan getan und hat in den 80ern auch mit Peter Maffay so Benefiz-Konzerte für Afghanistan-Hilfe veranstaltet, unter anderem auch auf Ibiza, was auch sehr skurril ist. Auf jeden Fall. Ja und Eric Burton hat ja auch Ende der 70er Jahre so ein kleines Loch gehabt und hat dann oft in Hamburg gesungen, bei Onkel Pö und in den anderen auf der Reeperbahn und sowas und Lindenberg hat dann oft für ihn getrommelt, wenn die sich nachts getroffen haben und Lindenberg hat ihn dann auch mal wieder mit auf Tournee genommen und hat ihm so einen Showspot gegeben. Das wusste ich gar nicht, aber für mich war das definitiv, also das ist eine alte Hamburger Clique, da gehörte dann ja auch Westernhagen dazu, Otto, ich weiß gar nicht, wer da noch in dieser WG mal gewohnt hat, das soll wohl ziemlich heftig zugegangen sein. Ja das war es, auf jeden Fall, meine Geschichte, die ich damals noch gar nicht so groß abgespeichert hatte, sie war natürlich skurril, aber so im Nachhinein, ich war halt 25 und das waren halt für mich auch alte Männer. Ja klar, aber lustig, er ist so Eric. Du hast aber auch nie damit gerechnet, dass Peter Peter ist, also Peter Maffer ist. Ja ich war eh schon, also bei Eric war ich ja schon raus, aber er sagte so, ja Peter ist in the City und ich dachte so, ja ja okay, dann treffen wir jetzt noch einen und es war sowieso schon so skurril. Nein, ich hatte nicht mit Peter Maffer gerechnet. Ja, wunderbar mein Freund, eine herrliche Geschichte mein Freund. Ja, also in diesem Sinne viel Spaß noch beim Aufnehmen. Vielleicht fällt mir noch eine skurrile Geschichte ein, ich würde sie dann nachliefern. Ja, bezaubernd. Wie immer eine wunderbare Geschichte von unserem großartigen Regisseur, von unserem Herzensfreund, von unserem Liebsten, Andreas, all you need is love. Lofotenhainz, ich danke dir für diese wunderbare Geschichte, bye bye, wir sehen uns in Hamburg. Tschüssi. Tschüssi. Das gibt's doch gar nicht. Lofi sind sie eher, herrlich. Ja, Wahnsinns-Story, oder? Ja, gibt's doch gar nicht. Siehst du, Lofi ist einer von uns. Ja, er ist eine Ehrencousine und die Story ist ja wirklich nicht schlecht, Eric Burden und Peter Maffay an einem Tag ohne damit gerechnet zu haben. Wahnsinns-Ding. So, gibt's noch irgendwie was? Haben wir noch was? Haben wir noch eine Story übersehen? Warte, ich gucke gerade hier. Ja, ich darf mal eben kurz, zu meiner Ehrenrettung, liebe Obercousinen, lieber Till, lieber Atze. Alle drei angesprochen. Danke für die Richtigstellung der Aussage, Borkum sei Assi. Aha. Übrigens mit zwei S geschrieben, das ist falsch. Assi ist ein Assistent, Assi ist asozial. So, ich hatte ja gesagt, Borkum ist nicht Assi, nur die Gebäude. Und er hat geschrieben, was die Gebäude betrifft, insbesondere unsere bestehenden Waschbetonbunker, gebe ich dir, Atze. Recht, damit soll das auch erledigt sein, aber die Einladung an euch beide steht nach wie vor noch. Ist das nicht schön? Ah, sehr schön. Das ist Cousine Hinnerk. Hinnerk. Was sagt man denn da? Wenn Hinnerk da steht, sagt man Hinnerk oder Hinnerk? Hinnerk. 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 So breit gesprochen. Hinnerk. Dann will er sich sozusagen mit uns als Promis treffen. Ja, ich habe hier noch eine schöne Geschichte von Mark Hoffmann. Ja. Cousine Mark schreibt, meine seltsamste Begegnung mit einem Pomi schon 25 Jahre her auf einer Gala eines Zeitungsverlags in Hamburg. Mein damaliger Gesangslehrer war für die musikalische Begleitung der Veranstaltung zuständig und so sollten meine Wenigkeit und noch ein Schüler einige Songs zum Besten geben. Wir durften natürlich auch den Backstage-Bereich nutzen und ich ging kurz vor Beginn in die Garderobe und da saß er, ein Held meiner Kindheit, völlig ohne Vormahnung und im Unterhemd, Mike Krüger. Der gute, alter Mike. Bitte. Offensichtlich war er ebenfalls gebucht und zog sich gerade für seinen Auftritt um. Noch surrealer für mich machte die Szene, dass sich meine Mutter, oh Gott, die sich meinen Auftritt anschauen wollte, ganz angeregt und ohne Scheu mit dem halbnackten Mike unterhielt. Gott sei Dank. Ja, immerhin konnte ich so mal einen der Nippel, der durch die Lasche gezogen werden sollte, erblicken. Wie spricht der über seine Mutter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht mehr, ob ich ebenfalls mit Mike geredet habe. Ich glaube nicht. Mir war einfach meine Mutter so peinlich, weil sie den guten Mike noch während des Umziehens zutexten musste. Aber Mike war ganz Gentleman und hat sich nichts anmerken lassen, sollte es ihn gestört haben. Ja, das kann ich nur bestätigen, Mike Krüger, ich kenne ihn auch nur als absoluten Gentleman und als sehr, sehr freundlichen Zeitgenossen. Ja, na bitte. Bitte, da haben wir es doch. Gibt es denn eigentlich so einen Promi außer Dizzy Rogers, was ja demnächst stattfinden wird, mit dem du dich jetzt gerne mal treffen würdest? Äh. Aber so unter Bula Vadesken Gesichtspunkten, jetzt mal nicht, was weiß ich, mit Paul McCartney, damit er dir irgendeine Aufnahmetechnik erklärt, sondern so einen richtigen Promi, so ein Gassenhauer. So ein Gassenhauer? Herbert Fuchs oder so. Herbert Fuchs, ey, du kennst Sachen. Der kam mir gerade so interessiert. Leute, das könnt ihr mal, das könnt ihr mal schön selber googeln, Herbert Fuchs. Ich weiß was, ich, ich kenne ihn ja noch von Bananas, von Bananas kenne ich ihn noch. Aber, das könnt ihr schon selber googeln. Tatsächlich, nein, nein, ich kann dir, ich könnte dir jetzt kein Promi nennen, wo ich jetzt wirklich den Wunsch hätte, den unbedingt kennenzulernen, weil die, die mir wirklich total was bedeuten, da hätte ich wahrscheinlich zu viel Angst, dass meine Projektion, die ich habe, mit der Realität nicht übereinstimmt. Ja, bei Herbert Fuchs wäre es ja sicher nicht so schlimm gewesen. Ingrid Steger, sagen wir mal. Nein, nicht. Nein, wie gesagt, jeder wird wahrscheinlich jetzt denken, oh, du möchtest bestimmt mal Pomekate treffen und mit ihm über die Beatles labern oder Keith Richards deine Aufwartung machen und so. Nee, wirklich nicht. Was ist mit Ricky King? Ja, gut. Also Ricky King, da, ja, ist alles klar, ihr möchtet jetzt nicht über Ricky King lustig machen. Ich weiß, dass er ein guter Gitarrist ist. Aber er ist einfach ein guter Gitarrist, Punkt. Marc Forster? Habe ich tatsächlich immer kennengelernt oder die Hand geschüttelt ganz kurz. Nein, wenn sich das ergibt, ist alles schön und gut, aber ich glaube, ich bin, ist alles okay. Wenn sich sowas ergibt, ist es gut. Habe ich, kannte ich nicht, habe ich dann kennengelernt. Du warst dabei, du kleiner Sacke. Ja, du weißt doch, wie ich bin. Ich bin eigentlich, also wenn ich sie kennenlerne, ist ja alles okay und wenn sich das ergibt, aber wie gesagt, meine wirklichen, die wirklichen Helden meiner Kindheit, da hätte ich einfach zu viel Schiss, dass das, dass das Pfeifen sind und das möchte ich nicht. Genauso geht es eben andersrum, dass man Leute kennenlernt, sagen wir mal, wo man sich nicht so ganz so sicher war, um sie jetzt vorsichtig auszudrücken und dann in der persönlichen Begegnung sind sie ja oft sehr nett, das muss man schon sagen. Ich habe ja mal mit Yvonne Katterfeld zusammen einen Film gedreht, drei Monate lang und da hatte ich auch vorher große Ressentiments und dann stellte sie aber relativ, ich würde sagen, am ersten Tag schon raus, dass sie nicht nur eine sehr tiefgründige, sehr schlaue, sehr musikalische Person ist, sondern einfach auch so ein richtig feiner Kerl. Ja, und wie gesagt, wenn sich das alles so ergibt, so wenn wir im Savoy sitzen und du kennst jemanden und ich lerne den dann auch durch dich kennen oder ich habe so früher bei Till und Obel kennengelernt, da war das alles gut oder weniger gut oder organisch und manchmal hat sich daraus was Nettes ergeben oder wenn ich jetzt hier durch die Arbeit Leute kennenlerne, alles schön und gut, aber dass ich wirklich da sitze, oh, den möchte ich gerne mal kennenlernen. Nein, definitiv nicht. Wille nicht, ne? Bitte wen? Wille nicht oder mal ein Tänzer, Joaquin Phoenix. Ach nee, der war ja ein Schauspieler. So ein Schauspieler. Wie ist das denn bei dir? Du hast doch so viel, du hast doch tausend von Promis kennengelernt, aber bist du jetzt, gibt es wirklich einen, wo du sagen würdest, oh komm, also da, dem möchte ich aber gerne? Äh, nee. Ach, letztendlich das Spiegelbild der Gesellschaft. Es gibt nette, es gibt nicht so nette, aber ich könnte mir genauso gut vorstellen. Ich habe hier letztens ein Fahrrad gekauft, ein Holländerrad, bei Ebay, in Hamburg und zwar in Eimsbüttel und ich habe mich mit dem Verkäufer so gut verstanden, dass wir vereinbart haben, jetzt mal ein paar Tage zusammen wegzufahren. Ja, bitte. Also der ist genauso Promi wie alle anderen auch. Ja. Ja, und da, wo du gerade sagst, Ebay, da gibt es eine lustige Geschichte und ein Kumpel von mir hat meine Gitarre verkauft. Ja. Über Ebay und der, der Käufer hat denn, war offensichtlich jemand, der Englisch spricht und hat geschrieben, ja, du, hör mal, die Gitarre, wenn du Lust hast, kannst du mir die Gitarre auch bringen. Ich bin nämlich hier den nächsten, ich gebe nämlich demnächst hier ein Konzert. Ja. Und dann hat er dann zurückgeschrieben, ja, okay, kann ich ja hinkommen, wo spielst du denn? Und es war dann Kirk Hammett von Metallica. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kirk Hammett von Metallica, der so eine 70er-Jahre-Stadt gekauft hat und ihn dann eingeladen hat und ja, sich als ganz netter Typ herausgestellt hat. Ja, und so kam der Typ dann Backstage zu Metallica, hat ihm die Klampfe gebracht. Alles super, alles tierisch entspannt, auch nicht schlecht, Das ist eine tolle Geschichte, ja. Ich glaube ja tatsächlich, ohne das jetzt weit auszuführen, dass bei Metallica Kirk Hammett und Roberto Trujillo wahnsinnig nette Typen sind. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und trotzdem würde ich mich tatsächlich gern mal so einen Abend mit James Hetfield unterhalten, weil der ist ja, tja, der sagt ja selber, wenn ich die Musik nicht gehabt hätte, säße ich im Knast. Tja. Da würde mich der Werdegang mal so interessieren. Ja, da sind wir doch, da sind wir doch schon bei der Musik. Bei der Musik und welche Song hast du denn für heute ausgegraben, lieber Atze? Mein lieber Till, es ist ja tatsächlich so, als wir die Liste planten, dass wir beide gesagt haben, wir werden uns hier die Dinger um die Ohren hauen. Ja. Und bisher war es ja eigentlich immer so, dass wir gesagt haben, naja, gute Idee. Also selbst, wenn es nicht deine oder meine Musik war, haben wir trotzdem das respektiert. Ja, ich war so begeistert von Smokey letztes Mal, muss ich wirklich sagen, don't play rock'n'roll to me, ich hab dann echt wirklich viel Smokey gehört in den nächsten Tagen. wie geil ist das alles produziert, oder? Ja, lay back in the arms so one. Auch eine geile Nummer, echt, wirklich. Ja, man würde bestimmt fünf, sechs, sieben, acht tolle Nummern von denen rausziehen können. Ja. Ich hab heute, äh, ja, ich hab heute, ja, wie soll man das nennen, auf jeden Fall was sehr originelles, aha, was unvergleichlich ist und, ähm, vielleicht muss ich mich sogar rechtfertigen, und zwar geht's um den Song Love Machine von Supermax, Kurt Hauenstein. Aha. Ja, du siehst, ich kenne natürlich den Titel, denn auch ich bin zu der Zeit irgendwie im Hollywood in Aalen, ja, äh, bei Doppel-Dieter-Hoff-Rogge auf der Tanzfläche gestanden, äh, Weißt du, was mich, äh, weißt du, was mich darin am meisten, ja, kannst du dir ja schon denken, der Sound. Der Sound war für die Zeit absolut ungewöhnlich und, und fett und, äh, er war, glaube ich, einer der Ersten, die sogar auf dem Sunsplash-Festival spielen durften. Äh, aber ihr habt, unsere Liste. Ich fand die Nummer einfach, ich kann das nachvollziehen aus, äh, soundtechnischen Gründen und die hatte ja auch so ein bisschen sowas, sowas, äh, loop-mäßiges, sowas, äh, sowas hypnotisches. Genau, genau. Man könnte aber auch, äh, auf der anderen Seite sagen, wenn man gut drauf war, wenn ich allerdings nicht so, so richtig, äh, gut drauf war, fand ich die auch todlangweilig zwischendurch. Ja, es ist eher eine Tanznummer, aber, äh, trotzdem kann man die noch mal genießen und, äh, zum ersten Mal kam, oder mit zum ersten Mal kam eben diese Synthi-Klänge so zum Einsatz, äh, ja, für mich, äh, was ein Wendepunkt in Sachen Sound. Okay. Und Kurt Hauenstein, äh, äh, wirklich ein, äh, sehr ernstzunehmender Künstler, leider mit 62 Jahren ganz völlig überraschend gestorben an Herzversagen. Okay, ich werde hier kein Veto ziehen, weil es ist, äh, äh, soundtechnisch, ich weiß das, hab das auch sehr genossen, über eine gute Anlage. Ich fand Faith Healer von Alex Harvey, was in die ähnliche Richtung ging, Ja. Äh, immer interessanter. Ja. Auch da mit diesem Synthi, bam, báb, báb, das war alles so ein bisschen, ich fand, das war immer alles so ein bisschen bei Alex Harvey abgekupfert. Ja. Dann gab's ja auch noch so eine deutsche Band, Straight Shooter, My Time, Your Time, die war auch so ähnlich. Ja, aber nichtsdestotrotz hat Love Machine am meisten bewegt. Ja, okay, ist genehmigt, Love Machine von Supermax und außerdem weiß ich ja, dass du, dass das auch ein bisschen deine inoffizielle Hymne ist, weil du ja auch eine Love Machine bist. Das kann man wirklich so behaupten. Das kann man so stehen lassen. Ich, äh, guck mal, da passt meine Songauswahl wieder ganz gut. Ich bin ein bisschen lyrischer unterwegs heute und werde jetzt ein All-Time-Favorite von mir nominieren, der mich schon seit Ewigkeiten begleitet, praktisch seit die Platte rausgekommen ist. Kann doch letztes Jahr gewesen sein. Von Jackson Brown, Running on Empty. Und auch da ist es der Text, der mich, der eine Melancholie mir hervorbringt. es geht eben ja in dem Text um Running on Empty, dass er nicht weiß, wo es hingehen soll. Dass keiner so richtig eine Ahnung hat, dass er unterwegs ist. Ist ja ein Road-Song eigentlich, ne? 65, I was 17 and I call the road my own. Ja, und er weiß eben nicht, wo es hingehen soll. Und all seine Freunde auch nicht. Und das berührt mich einfach auch immer. Ist ein toller Song. Ist ein Road-Song. Und man kann, glaube ich, wirklich sagen, Jackson Brown ist einer der ganz, ganz großen, ne? Ja, der Song ist musikalisch über jeden Zweifel erhaben. Jackson Brown ist auch über jeden Zweifel erhaben. Ja, damals eingespielt worden mit der legendären Section. Lelands klar am Bass, Russ Kunkel an den Drums, Greg Thomas und Danny Kutschmer. Eine sauteure Truppe, die er sich damals bewusst geleistet hat, weil er ein paar Hits hatte schon. Ja. Und die waren sauteuer, mit denen unterwegs zu sein. Zwei fantastische Chorsänger, der sensationelle David Lindley an der Paddle-Steel-Gitarre. Ja, den haben wir alle im Rockpalast auch gesehen, ne? Ja, eine saugute Truppe, eine tolle Aufnahme. Im Hotel geschrieben den Song und zwei Abende später aufgenommen mit all den Fehlern, kleinen Zicken, Zacken. Wenn man, sagen jedenfalls, The Section hat sich neulich nochmal darüber geäußert. Er sagte, ja, ich höre schon, dass ich da so ein bisschen vergurkt habe. Ich höre das nicht. Der Film, der Song ist dann durch Forrest Gump nochmal sehr berühmt geworden. Ja. Weil Forrest, als er einfach nur noch gelaufen ist, da lief das auch, Running on Empty. Ja. Und ich liebe diesen Song und es freut mich, dass du ihn nicht ablehnst. Nee, ach, mit Jackson kann man mich immer kriegen. Ja, sehr schön. Ach, das freut mich. Das ist doch alles wieder, das ist doch alles schon wieder zu schön, um wahr zu sein. Zauber. Was liegt es heute noch an bei dir? Ich mache mich gleich auf den Weg und mache letzte Besorgungen, denn es geht ja bald Richtung Hamburg. Wir werden uns ja wiedersehen. Ja. Wir werden den Scheck übergeben und ich muss auch das eine oder andere erledigen. Ja. Ja. Und dann geht es los und da freue ich mich sehr drauf. Gut, dann sehen wir uns in Hamburg. Was gibt es zum Mittagessen? Heute gibt es Griechisch. Ah, Auflauf mit Feta, Tomaten, Zwiebeln, Dressing drüber und da freue ich mich schon drauf. Steht im Ofen, muss ich gleich nur noch anschmeißen. Ja, guck mal, auch da sind wir wohnen. Wir haben nämlich gestern die Aubergine dazu gegessen, die dir vielleicht heute fehlt. Die liegen unberührt da. Ich überlege aber tatsächlich, ob ich nicht morgen so gefüllte Auberginen mache. Ja. Ah, auch lecker, ne? Ich habe mal zwei Wochen lang in Griechenland wirklich jeden Tag nur Moussaka gegessen. Wenn du dich erstmal für ein Gericht entscheidest, ne? Ja, das weißt du. Lieber Atze, ich freue mich auf dich. Die nächste Folge nehmen wir wieder im Angesicht zu Angesicht auf. Ja. Liebe Cousinen, bleibt uns gut gewogen. Habt Spaß, die ganze Woche. Lieber Atze, tschüss, mach's gut. I love you, baby. Tschüss Till, bis Freitag. Ciao. Ja, tschüssi. Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Regen mit Atze Schröder und Till Hoheneder Bye. Ja, tschüssi. Tschüssi.